So, heute mal ein kleiner Test mit einem alten und einem neuen 3DS. Wir verbinden uns via UDS, das heißt lokales Netzwerk ohne Route dazwischen. Der eine öffnet ein Spiel, der andere sucht es. Und schon sind wir miteinander verbunden. Es gibt ein kleines Chat-System, in dem kann man miteinander schreiben. Der Text erscheint dann unten. Bei beiden. Hier ist der Name noch doppelt. Kleiner Fehler. Dazu gibt es dann noch Smilies, da kann man sich einen erinnern. Der erscheint dann für kurze Zeit über den Köpfen. Und beide Spieler können rumlaufen und sich sehen. So, das ist soweit alles was bisher funktioniert. Dankeschön.